Hi, ich bin Kea. Hi, ich bin Niklas. Wir erklären euch heute ein bisschen was zum Thema Chancen und Risiken von digitalen Medien im Unterricht. Denn es hat ja nicht nur alles Vorteile. Ja, digitale Medien, sowas wie Facebook, Instagram, irgendwelche anderen Apps, die hat man ja eigentlich heute überall in jedem Bereich, egal wo man hingeht, Arbeit, Privat. Aber benutzen Lehrer auch das so viel in ihrem Unterricht? Genau und diese Frage haben wir uns gestellt und haben uns mal an der IGS im Willemshafen umgeschaut. Frau Krüger und Herr Legler haben uns ein bisschen was zu dem Thema erzählt. Was ich nutze, ist halt mein Laptop, weil ich viele Bilder zeige oder auch mal kleine Videosequenzen. Also das zählt ja dann wahrscheinlich schon dazu. Von den Medien her denke ich, ist schon. Also so Whiteboards, Smartphone und Tablets, also das schon. Ja, hört sich ja so an, als wenn digitale Medien für die Lehrer auf jeden Fall vieles einfacher machen. Für die Schüler bestimmt auch. Ich glaube, da gibt es ganz tolle neue Möglichkeiten, Sachen neu zu erlernen. Wenn man eben auch gerade mit Filmmaterial super arbeiten kann, das ziemlich groß an der Leinwand hat. Also anders als vielleicht früher so ein Videogerät dann mit Fernseher. Und gut, die Schüler können immer noch nicht zum Beispiel empfinden, wie schmeckt das Eis oder wie kalt ist es wirklich. Aber sie können es sehen. Also die können Eisberge, riesige Eisberge sehen, wenn wir über Klima und über Polarzonen sprechen. Und ich finde, das macht das schon sehr viel anschaulicher. Ja, anders lernen, vielfältiger glaube ich. Vor allem man kann den Unterricht vielfältiger gestalten durch Zeigen von Bildern. Also Bilder zeigen ist ja jetzt einfach viel einfacher als früher, wo man im Zweifel noch eine Folie kopieren musste, wenn man es in Farbe haben wollte, was ein Riesenaufwand und dann auf einen Overheadprojektor legen. Das hat man dann ja eher nicht gemacht. Aber ich glaube, gerade aus Bildern lernen ist sehr sinnvoll. Das veranschaulicht einiges viel mehr. Also da sehe ich schon großen Zugewinn. Auch Videosequenzen können einiges veranschaulichen. In Physik kann es auch mal ein Versuch sein, den man selber gar nicht zeigen kann, den man sich dann über ein Video angucken kann. Und das bringt schon viele Vorteile, würde ich sagen. Ja, hört sich ja so an, als wenn an der EGS alles schon ziemlich digital wäre. Ich weiß nicht, ich kenne aus meiner Schuhzeit noch sowas wie Overheadprojektoren zum Beispiel oder ganz normale Tafeln. Gibt es das überhaupt noch an der EGS? Also eine Tafel habe ich da nicht gefunden. Und ich glaube, das Klassenbuch ist mittlerweile in einer App. Und Overheadprojektoren? Nee, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Wir haben jetzt bereits schon eine App, wo ich meinen ganzen Stundenpläne, die Anwesenheit der Schüler, also das ist wie ein elektronisches Klassenbuch auch schon. Das in einigen Jahrgängen eingesetzt wird. Dann haben wir gerade in den W-Räumen Smartboards, die ich nutze, notgedrungen, weil wir auch gar keine normale Tafel mehr haben. Ja, hört sich ja so an. Also wenn die da alle schon in sowas wie einem digitalen Klassenzimmer sitzen, gibt es denn überhaupt noch Ideen, was man da noch so verbessern könnte? Das habe ich mich auch gefragt und habe das direkt mal an Frau Krüger und Herrn Legler weitergegeben. Da kann man ja noch viel mehr mitmachen. Also ich kenne inzwischen Schülerinnen und Schüler an anderen Schulen, die, ja, da läuft alles eigentlich nur noch übers Handy. Aufgabenzettel werden nicht mehr so verteilt, sondern die werden ins Netz gestellt und dann können die das auf dem Handy abrufen und arbeiten damit. Ja, was schön wäre, wären im Unterricht Zugangsmöglichkeiten zu Recherchecomputern. Also das vermisse ich sehr. Da haben wir einfach keine. Gerade Schüler, die schnell mit Aufgaben fertig sind, die könnten sich an einen Computer setzen oder natürlich an einen Laptop oder sowas und nochmal recherchieren über bestimmte Themen. Einfach weiterdenken, einen Schritt weiter gehen und das fehlt uns noch. Also das wäre toll, wenn es sowas noch geben würde, wenn wir die Möglichkeit hätten, zum Beispiel über Tablets, die man im Zweifel dann einfach austeilen kann an diejenigen Schüler, dass die dann, ja, dass die einfach noch ein bisschen weitermachen können, ein bisschen weitergucken können. Also eins der nervigsten Dinge, wenn ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnere, war der Klassenbuchdienst oder auch manchmal, wenn man vom Lehrer zum Tafelputzen verdonnert wurde. An der IGS, wo das alles digital abläuft, kennen die Schüler da überhaupt sowas noch? Nee, Tafelputzen müssen die Schüler da nicht mehr. Es gibt ja nur noch Whiteboards. Und ein Klassenbuch gibt es auch nicht mehr. Das hat die Lehrerin ja jetzt auf ihrem Handy. Ich weiß auch nicht. Die Generation ist halt mit dem Internet und Smartphone aufgewachsen. Ich frage mich nur manchmal, wer eigentlich den jungen Menschen die ganze Medienwelt beibringt. Wer bringt ihnen den Umgang damit bei? Ein Schüler muss ja auch lernen. Jetzt ist das mein Thema. Der Unterricht ist mein Thema. Die Informationssuche, die Recherche ist mein Thema. Der muss dann wissen, ich kann jetzt nicht auf diese 60 Snapshots oder sonst was, was dann vielleicht reinkommt oder WhatsApp antworten. Der muss lernen. Wie schaffe ich das? Also mich da selber so zu disziplinieren, dass dieses ganze Soziale erst mal draußen bleibt, weil es geht jetzt wirklich um Unterricht. Es geht um Lernen. Und ich finde, da brauchen wir unbedingt dringend Unterricht, um das mit denen alles durchzugehen. Ja, in der Freizeit sind die ja ganz viel auf so Netzwerken wie Instagram, Snapchat oder YouTube unterwegs. Da könnte ich mir vorstellen, ist es besonders wichtig, dass man da auch den Umgang mit diesen Medien lernt. Genau, das passiert ja alles in der Freizeit. Aber glauben Lehrer wirklich, dass es ihre Aufgabe ist? Vorrangig würde ich sagen, das ist Aufgabe der Eltern. Also gerade was die ganze Handygeschichte angeht, können wir ja eigentlich gar nicht viel erziehen. Wir können auch nicht reingucken in die Handys. Das dürfen wir auch nicht, das wollen wir auch nicht. Die Eltern hingegen schon und die sollten das auch tun, meiner Meinung nach. Also die sind eigentlich dafür verantwortlich, dass sie die Kinder nicht mit den Medien alleine lassen, meiner Meinung nach, sondern dass sie das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, begleiten, um es mal positiv zu formulieren. Man könnte auch sagen, kontrollieren. Das ist ja so ähnlich. Und das ist meiner Meinung nach Aufgabe der Eltern und auch wichtig. Die sind ja digital schon echt weit an der IGS. Aber ich finde es komisch, dass Handys im Unterricht verboten sind. Ja, aber für den Unterricht kann ich das irgendwie auch verstehen. Ja, aber selbst auf dem Pausenhof dürfen die Schüler das nicht benutzen. Also bei uns im Unterricht kommt das kaum vor, dass jemand am Smartphone sitzt. Es kommt vor, gerade in den älteren Jahrgängen dann. Also an meiner Oberstufe ist dieses Handyverbot auch nicht mehr so wie in der Mittelstufe. Trotzdem kommt es kaum vor, dass Schüler mal das Handy benutzen im Unterricht. Also bei mir zumindest. Und ja, eher dann mal in den Pausen. Das kommt dann öfter mal vor, dass die Schüler dann doch heimlich auf dem Pausenhof in irgendeiner Ecke stehen und da mal aufs Handy schauen. Das ist dann mal so eine Menschentraube, um denjenigen Schüler versammelt und alle gucken irgendwie drauf. Aber dann wird das Handy auch bei uns einkassiert. Strikte Regeln hier, ja? Ja, klingt also, wenn die da an der IGS ganz viele eigene neue Medien haben, wie Whiteboards oder Klassenbuch-Apps, aber die Smartphones von den Schülern total verteufeln. Vielleicht ist das aber gar nicht so schlecht. Herr Legler hat mir erklärt, dass Kinder wieder die Möglichkeit bekommen sollen, Kinder zu sein. Hier bei uns, da sie ja das Handy nicht haben, machen sie das eigentlich in den Pausen noch. Sie spielen im Wald, sie spielen auch, das sieht man bei den Kleineren, die spielen Rollenspiele, Fangen und all so ein Kram. Oder dann eben bei uns hier im Spieleraum, Gesellschaftsspiele werden auch gespielt. Und von der Weit her finde ich das eigentlich ganz gut, diese Regelung oder so eine Regelung in dieser Art, dass man also schon auch mal dazu genötigt wird, nicht nur mit dem Handy zu spielen, damit die Schüler auch mal lernen, ja, das geht und das kann auch Spaß machen. Also ich kann mir keine Gesellschaft mehr ohne Smartphone vorstellen. Ja, ich persönlich glaube, das gilt auch für die Kinder und Jugendlichen. Finden die Lehrer das denn auch? Das ist ja, was man auch gerade so den jungen Leuten, die jetzt eben mit diesen ganzen digitalen Medien aufwachsen nachsagt, dass der in dritter Hand ist das Smartphone. Also dass die da gar nicht mehr richtig von wegkommen. Und ja, da ist wichtig, diesen Umgang dann zu lernen. Aber wie ist das denn, wenn man heute als Schüler kein Smartphone hat? Ich glaube, da verpasst du echt schnell den Anschluss, weil du hast ja nicht mehr mehr Zugang zu Informationen. Ein Problem ist es auf jeden Fall, wenn ein Schüler jetzt kein Handy hat oder sowas. Da gehört dann schon was dazu. Manche entscheiden sich ja vielleicht sogar bewusst dafür, aber da muss man schon ganz schön selbstbewusst sein, weil das, glaube ich, schon sehr schwierig ist. Vor allem, weil man einfach ein bisschen außen vor ist. Wenn man nicht bei WhatsApp in der entsprechenden Gruppe mit ist, dann fehlen einem Informationen. Und in der Gesellschaft heutzutage ist das dann auch nicht vorgesehen, dass man diese Informationen noch auf anderen Wegen erhält. Das heißt, man ist da schon außen vor. Das ist also ein großes Problem. Ohne Handy geht eigentlich gar nicht. Man wird also quasi schon dazu genötigt, auch ein Handy zu haben und auch WhatsApp zu benutzen. Und auch im Zweifel in diese Gruppen einzutreten, selbst wenn da meistens nur Mist gepostet wird. Aber manchmal ist ja vielleicht doch noch was Wichtiges dabei. Und wenn man diese Informationen dann nicht hat, hat man einen Nachteil. Das ist schon so. Fast jede Klassengemeinschaft hat ja heute auch eine WhatsApp-Gruppe. Ja, das heißt ja, jeder ist rund um die Uhr und überall mit seinen Klassenkameraden verbunden. Ich weiß nicht, ich hatte früher Leute in der Schule. Da war ich auch froh, wenn ich die dann nach dem Schulschluss den Rest des Tages nicht mehr sehen musste. Wie ist denn das für die Schüler heute? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Herr Legler hat mir das mal erklärt. Also ich glaube, dass heutzutage die Schüler wesentlich mehr gestresst sind durch die Medien. Weil sie ziemlich unter Druck stehen, gerade durch diese ganze Handy-Geschichte. Da komme ich wieder auf diese WhatsApp-Gruppen. Das setzt die Schüler ja unheimlich unter Druck. Sie müssen Mitglied sein in diesen Gruppen, weil sie sonst ausgeschlossen sind. Und das ist schwierig. Also das kann man natürlich, wenn man viel Selbstbewusstsein hat, dann kann man sich dagegen wehren. Aber da gehört schon richtig was dazu. Ansonsten muss man da mitziehen. Man muss den ganzen Mist lesen. Auch wenn da viele Sachen gepostet werden, die man eigentlich nicht lesen möchte. Dann ist das Problem, die meisten Schüler schalten ja auch gar nicht diese Lesebenachrichtigung aus. Also das heißt, die anderen Schüler sehen, es wurde gelesen. Dann ist man dem Zwang auch antworten zu müssen. Wenn man dann nicht antwortet, dann kriegt man direkt einen blöden Spruch. Das heißt, die Schüler lesen es, müssen dann aber auch antworten. Dadurch kommt eine Unmenge an Nachrichten zustande, die dann alle von allen immer gelesen werden müssen. Das heißt, da geht unheimlich viel Zeit mehr drauf. Aber auch immer der Druck von den ganzen anderen, dass man eben mitmachen muss. Dass man auch schreiben muss. Das Ganze teilweise auch nachts, wenn die Handys nicht ausgeschaltet werden. Dann vibriert nachts das Handy. Man guckt drauf. Die anderen Seemann hat drauf geguckt. Da muss man ja auch nochmal eben antworten. Dann antworten die anderen wieder zurück. Und so ist das ein Teufelskreis. Und das setzt die Schüler, also zum Beispiel, so was setzt die Schüler, glaube ich, unheimlich unter Druck. So ihr Lieben, das war unser Beitrag zum Thema Chancen und Risiken. Hat es euch gefallen? Dann hört euch doch auch die nächste Folge an. Die kommt nächste Woche und heißt Schule aus, Handy an. Bis bald. Bis bald. Da denke ich eben, da müssen wir dranbleiben an dieser Entwicklung, weil das ist ja auch unsere Zukunft. Und dass wir denen da wirklich ganz viele Kompetenzen an die Hand geben, wie sie gut damit umgehen können. Unser Fakt der Woche. Schulen in Deutschland haben nun 5 Milliarden Euro zur Verfügung, um digital aufzurüsten. Das hat das Kultusministerium mit dem sogenannten Digitalpakt Schule beschlossen. Der soll bewirken, dass es an allen Schulen bald schnelles Internet gibt und sie zum Beispiel über so was wie Whiteboards verfügen. Also wie gesagt, die wissen teilweise ja schon nicht mehr, wie ein PC funktioniert, weil die eigentlich nur noch mobil unterwegs sind. Und ja, da müssen wir auch hinterher.